Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Battlebox Theater mit dem Ruzzlewoon. Hallo und dem Frame. Hallo. Ich würde sagen, wir gehen erstmal einkaufen. Wir haben noch nichts gekriegt. Doch. Ja, aber nicht viel. Oh, der ist ja cool. Der auch. Ich muss nochmal wechseln mal wieder. Der ist auch richtig, der ist richtig geil, oder? Der ist super. Du änderst ja den. Das ist ja doof an den Elf. Das ist zwar cool, aber du änderst dann nicht mehr deine Köpfe, weißt du? Ja. Na egal. Der ist richtig geil. Toll, müssen wir das jetzt nochmal machen? Weiter geht's. Nö, warum? Ach ne, das war der erste. Okay. Das wär's da jetzt. Also... Danke, ich bin oben. Ja. Ich nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist noch ein Gym. Nein. Hm, hier geht's noch nicht weiter. Oh. Nein, ich bin nicht springen. Warum springe ich denn? Ja, ja, ich weiß. Ah, festhalten. Ich weiß doch. Ja. Kannst du drüber? Okay. Sind aber auch echt fies mittlerweile. Ne, wir werden schlimmer, ja. Auf jeden Fall. Okay. Äh, da muss ein Secret sein da oben. Ach so. Wahrscheinlich hier ja durch. Ja, hab's. Oh, 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 oh. Okay. Bein hintereinander geht nicht. Da muss man schnell sein. Spielst du Flipper? Ne, du bist da. Was? 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 Warte. Hat nicht geklappt. Ja. Genauso. Du musst damit mal die Sprung holen. Dann kannst du schnell durch und den nicht schaffen. Okay. Moment. Ja. Da steht ja noch steht der drauf. Ja. Ich spring dir einfach in die Luft. Oh, oh, oh. Äh. Ne, 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 der war schon richtig. Der war schon richtig. Okay. Oh, oh. Hä? Boah. Ich helfe dir mal. Okay. Oh, oh. Links, 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 links. Ist ja einfach. Ja, jetzt bin ich gespannt. Lass mich den Wolken holen. Komm mal hier durch, komm mal hier raus. Ich hole das Wolken holen und du wartest da. Ja. Weil da geht man mit Sicherheit drauf bei. War an der Seite, glaube ich, oder? Ne, ne, warte mal. Ist alles gut. Da muss man doch irgendwie dahin kommen. Kann ich werfen? Werfen. Ja, komm mal hoch. Ich muss ja auf die Seite. Ne, werfen dich nicht. Dann werf mich von der anderen Seite. Warte, von der anderen Seite. Wir müssen auch. Immer damit vorbei. Ne, warte mal. Du musst auf der Seite stehen. Das ist schon alles richtig. Nein! Okay. Das war sehr schlecht jetzt. Wir haben nur drei Gems. Mit C, oder so? Haben wir noch nie. Aber es gibt doch nur fünf Gems. Ja, das müssen wir nochmal machen, ne? Ganz am Ende, wenn wir rauskommen wieder. Wuh. Geh weg. Ah, ich bin zu blöd. Oh. Oh. Ah, sieh. Oh. Ah, sieh. Warte. Warte. Ach, wie springt man denn mit dem Viech? Mann, der Verlauf. Ach ja. Oh, das Wolkenau lassen wir da? Ja. Ja. Ja, sieh. Musst du hier rüber werfen. Spring! Hehehe. Hit me, baby! Oh. Oh, das ist rein. Auf bin ich. Mann, du bist unten drauf. Ich bin einfach rein. Okay. ja 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 das manchmal anstrengend hier da muss man echt überlegen und dann ist man voll konzentriert dann aber gerade glaube ich gesagt mindestens ja das stimmt entschuldigen uns entschuldigung fürs nichts zu mir einfach so schön gesehen oh du wirst Ah shit ey, das ist so doof Ah, so gehts natürlich auch, wir können mal hier oben Aua Das war's Ja, findest du Weil ich die Rakete für die abgefangen habe Yeah Yeah, Baby Hit me, Baby, one more time Zählen wir noch zwei So, da haben wir ein A, dann müssen wir uns das erste nochmal eben schnell machen Ja, stimmt Auf dem B, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, das geht natürlich gar nicht Überhaupt nicht Nee, das geht gar nicht Das machen wir jetzt eben schnell und dann ist alles gut Gems of three will set you free Gems of three will set you free So, wie war das nochmal hin nach rechts, ne Oh Ich glaube erstmal links Sagst du Aua Ja, das habe ich genau so gemacht Wo ist hier hin, habe ich hin Mal nach rechts hin Hallo Sehr gut Sehr gut Achso, genau, jetzt muss der eine Wolltest du mich auch noch rudern lassen, ja? Ja Ich habe gedacht, deine Leiche sieht besser am Strand aus Achso, na gut Alles zum Wasser Alles zum Wasser Trotzdem müssen wir uns fragen, wo die eure Gems sind Ja, danke Bitte Achso, wunder Wir brauchen noch einen dritten gerne, ne? Ja, wir wollen ja, ähm, auch so gute Bewertungen machen Einer fehlt noch, da hinten ist einer, noch rechts Ja, wir brauchen wieder fünf Da hinten ist einer, rechts Jaa Da fehlt nur noch einer Oh, shit Leute, wenn wir uns selbst beeilen, brauchen wir ihn eigentlich Müssen Müssen Oh Geh rein, geh rein Es kann, okay, dann holen wir uns das kann Aber wie kriegen wir das? Ich fäng fest, ich komm nicht mehr weg So Wie geht das? Oh, alles Keine Ahnung, wir müssen von der anderen Seite schmeißen Das haben wir grad schon mal versucht, oder? Hier Von der Seite geht's nicht Das Ding geht nicht runter Kannst du das? Geh auf die andere Seite Versuch mich Warte, 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 warte Nein, nee Schau mal her Schau mal, schmeiß ich von hier aus Kannst du da neben mich? Nee, ne? Geh mal neben mich Geh mal nicht, jetzt geht's Geh neben mich Geh doch mal neben mich Geh doch mal neben mich Oh Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Ich rock hier unten Du musst ja einer Genau Boah, ist Ich rock hier Was ist denn das? Oh, ja Nee, nee, Quatsch Ich rock mich drauf stellen Okay So, jetzt kannst du's woanders rum Anderer rum Okay, nee, komm nicht Pass das hoch Ja, ganz easy jetzt Ich rock hier Ich rock dich Ich rock dich Ich rock dich Und das ist ja Trotzdem will ich noch keine Ähhh Level verlassen So Können wir doch eben kurz in den Gift Shop, ja, ne? Klar Immer Ja Boah, hast du wieder am Anfang der Folge machen müssen? Ich hab auch diesen Head schon zu lange eigentlich, ne? Ja Ja Ich hab 17 Garne Brauchst du welche? Ich hab 8 Nee Okay Ich krieg ja auch schon genug zusammen Ne, ich koch mir jetzt eh keine neue Waffe So Dann würd ich sagen, wir können diese Folge hier beenden Aber wir gehen auch bis zum nächsten Level, warte Ja Beenden dann vor der Tür Ich bin der Chefkoch Ich seh schon, ja Okay, dann bis zur nächsten Folge, würd ich sagen Dann seht ihr diese drei atemberaubende Level und den Boss Wo willst du hin? Hoffentlich Ja, also bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss